. . . . . . Also. Schon mal. Ja. Ein Punkt. Weiter. Ein bisschen näher an... naja. Das, ähm. Ja. Cool. Also, ich werde da auf jeden Fall hin müssen. Nochmal, sobald ich irgendwie eine Wiederbildungs-Schriftrolle finde. Oh, das ist smart. Nice. Ja, schon wieder alle fast leer hier. Oh, das ist smart. Ja, schon wieder alle fast leer hier. Ah, Schrott. Das war alles so nicht geplant. Super. Ähm. Ja. Nice Scheiße. Der erste ist schon mal tot. Verdammt. Da lang war das, glaub ich. Still breathing, despite everything. Ah. Danke für nichts. Aua. Ah. Erstmal aufs Feuer getreten. Wunderbar. Und wir sind sie gestorben. Ich latsch einfach überall drüber. Er hat schon wieder drüber gelaufen. Naja, aber zumindest ist ja hier, äh, ne, das Portal und so. Das heißt, wenn ich ihn irgendwann mal wiederbeleben kann. Oh, wer bist du denn? Zoru war richtig. Yellow war ein Toad. Und zweit so wütend. Das Ding ist gefährlich. Lass ihn, um die Goblinen zu töten. Habe ich gesucht. Habe ich gesucht. Die habe ich gesucht. Mein kleinen Tank. Da ist er ja. Man könnte halt auch springen. Was wäre zu einfach? Ich kann springen. Ja, ich vergesse das immer. Grundsätzlich vergesse ich immer, dass ich springen kann. Also, ja, springen wäre zu einfach. Wäre halt gar nicht mein Ding. Ich war letzt vorne im Abgrund und habe überlegt, wie ich da rüberkomme. Und dann kam diese Hilfeoptionen so oben eingeblendet. So, ey, du kannst springen. Was hältst du davon? So, ey, danke. Cool. Wo kam die denn her? Die habe ich einfach... Die habe ich nicht gefunden. Doch da... Also, sie und... Mit dem Portal konnte ich im anderen Spiel gar nichts machen. Da stand ich davor. War völlig egal. Also, hier den... Heinzi hier? Den... Den... Den Inie? Den habe ich da gar nicht? Fun Fact? Und sie habe ich einfach nicht gefunden. Aber es ist so cool, dass sie wieder da ist. Sie ist zumindest ein bisschen tanky. Ich meine, ich bin ein Schurke. Ich bin Squishy. Ich bin Squishy! Täuschen. Ich kann täuschen. Nein, gar nichts kann ich. Finde ich sowieso blöd. Guck mal, wir haben Inspiration. Ja, war alles. Also... Mein Gehirnschmerz, wenn ich das sehe. Demais, lass uns... Nein. Ich lasse nicht diesen Fienden mit einem Stranger. Dann töte sie. Nein. Ich will sie nicht töten. Ich meine, ich bin selber ein Tiefling. Kann doch nicht einfach Tieflinge töten gehen? Also, ich kann schon, aber... Das macht man doch nicht. Glaube ich. Acht Genossen töten. Man nicht. Oder so. Lass sie verschwinden. Deine Worte fliegen zu ihr. Obwohl du sie nicht laut sprichst. Ich weiß, was in dir entsteht. Und ich weiß, ob eine Kür. Du kennst dein Heilmittel. Da glaube ich irgendwie noch nicht dran. Erinnerst du, wie stark sie war, um mich in der Nautiloide zu sterben. Und wir können sie nicht vertrauen. Tieflinge angreifen, überzeugen. Schießt sie runter. Dann greife ich sie, glaube ich, auch an, gell? Ich will sie aber nicht angreifen. Ich will eigentlich gar keinen angreifen. Er sagt nicht, ob er es für alle gefühlt ausgehen lassen kann. Ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Ich bin dir halt noch nicht begegnet. Ich soll das jetzt ausbaden. Ne, ist klar. Ich will das nicht ausbaden. Natürlich. Das ist mir so, wenn du in die Kürnisch zurückkehren kannst. Aber es geht darum, wenn du da mit dem Walken kannst. Ja, das ist mir vor. Ja, das ist mir vor. Ja, das steht mir vor. Ich will dich nicht hauen. Ich will gar keinen hauen. Ich will gar keinen will dich hauen. Ich bin doch freundlich. Aber ich will sie halt haben. Scheiße. Mann. Ich weiß doch gar nicht, was für eine Stufe die Tieflinge haben. Ob die mir richtig aufs Gesicht hauen. Ich will nicht. Nein! Du Rot! Ahhhh Ganda Ich brauche 14 für einen Treffer, Ergebnis 23 Ändere den Rettungshof, der in der Nähe ausgeführt wird Kann ich das eigentlich... Achso, das ist die Re-Reaction, ne? Da gibt's 23 So nämlich Gar nix machst du, gar nix Oh, doch, hat nur ein bisschen gedauert Zwei Umwürfe, ja gut Das ist ja doof Erstmal machen wir den hier Oh, hallo Boden Flach! Hallo? Ahhhh Pech gehabt Für irgendwas besonderes werde ich das schon noch brauchen Was? Elixir der Feuerresistenz, wuuu, brauche ich nicht Uuuuund Eieieiei Ist wie bei D&D Da machen wir auch nur Mist Ist da das Meme, dafür dass sie nix trifft? Och Quatsch Eigentlich trifft sie doch ganz gut Ein weiterer Schritt vorwärts Jetzt gerade trifft sie halt nicht Aber wo willst du denn hinrennen? Was? Ich muss sie ja gar nicht treffen Sie ist ja auch eher irgendwie Ähm Als Heiler da Alter Töne Was? Ich finde ich mit Treppen sowieso blöde Das ist ne Aktion Das ist Zauber Das wird es nicht Natürlich Was? Uuuuuh Zehn von Zehn Genau, chill du mal Es ist wie bei D&D Da treffen wir auch immer alle nichts Weil Treppen ist sowieso blöd Ich habe ein grosses Fehler gemacht Ich bin Ich bin Nichts Und nicht Ich bin Krittet sogar Ich spreche Sie byrnen Aktion Ist ne Aktion Der Tadpole hat noch nie alles ausgesprungen Ihr Sensoren Ausgesprungen Aber je länger wir warten, desto mehr es wird. Meine Menschen sind die Kürze für diese Infection. Ich muss eine Kräsch finden. Sie werden mir mit dabei sein. Beide. Sie sieht, dass Sie Ihre Kindheit als Schmerzen sehen. Sie lassen sie sich nicht aufzunehmen. Ja, mein Tank! Tanky! 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 Oh! Oh, wie schön! Eine Krippe! Es gibt viele Dinge. Eine Hatcherie. Eine Trainingsgebung. Eine Schutzgebung. Das Geth-Yanki-Protokoll ist klar. Wenn mit einem Geth-Tadpole infektioniert werden müssen wir zu Augustil für die Purification. Dann bringt's dich doch jetzt nicht um, Puppe. Machen wir nicht! Ja, mach ich. Kann ich aber nicht. Der ist tot. Der ist tot. Der ist tot. Aber geh meine Worte. Der ist tot. Der hat doch bestimmt eine Rolle der Hindeauferstehung. Der hat doch bestimmt eine blöde Auferstehungsrolle. Die haben noch alle dabei. Jeder hat doch so eine blöde Rolle dabei. Und wenn sie jetzt keine dabei hat, wäre das halt so ein bisschen blöd. Wo ist sie? Wo ist sie? Da ist sie nicht. Da ist sie. Kann ich nicht auf ihr Inventar zugreifen? Das ist ja frech. Eigentlich wäre ich ja das... Jetzt muss ich erst mal irgendwem sagen, soll er hierbleiben? Bleibt sie halt mal kurz hier. So ein Quatsch, ne? So ein bisschen hin und her hier. So, jetzt ist mein Heiler weg. Wehe, du hast keine blöde Schriftrolle dabei. Komm mit! Jawoll! Okay. Ich habe viel auf meinem Geist. Und, ähm, in es ist... Es ist genug Zeit, zu verletzen. Die Kassel ist weg. Äh, okay. Er ist halt einfach nochmal umgefallen, vorsichtshalber. Ich kann das verstehen, also, vorsichtshalber, kann man noch ein zweites Mal umfallen. Das ist ganz wichtig. Ich meine, hier oben hängt ja auch noch ein bisschen von dem Käfig. Da muss man dann auch... Also, da würde ich auch umfallen, wenn der auf einmal anfangen würde zu schweben. Das würde mich wirklich sehr, sehr verwirren. So. Boah, ist alles so weit weg! Das hat halt eigentlich fast gar nichts gebracht. Das hätte ich mir halt auch schenken können. Mit Haste. Eile mit Weile, meine Liebe. Eile mit Weile. Er ist halt irgendwie auch am Abend der Welt. Da ist er! Da ist er! Lauf! Nella! Oh, sie hat auch direkt mal ein Level ab. Wunderbar. Längensborn immer neu, wenn du in den Range kommst, triggert der Tod. Na ja, ne, also, wenn mir jemand richtig auf den Sack geht, dann kann ich oft genug einfach da hingehen und ihn noch 700 Mal sterben lassen. Ist doch super! So. Jetzt zurück ins Lager und jetzt darf mein Schurker auch hierbleiben. Ich sollte sprechen. Da brauchen wir denn zwei Schurken, das ist Quatsch. Ich freue mich, das letzte Erdition zu unserem kleinen Grupp. Laisel ist leidvoll. In einer sehr, schau mich zweit und ich werde dich nicht mehr verbrechen. Du siehst ein bisschen verprügelt aus, mein Freund. Naja, es ist, äh, statt einem Schurken nehme ich halt dann doch lieber einen Heiler mit, wenn ich schon selber einen Schurken spiele. Oh, darling, ich bin schmerzt. Ich dachte, wir hatten etwas Besonderes. Ich glaube, ich werde meine Heilerin hier spenden. Ich werde mich hier in der Zeit, weil du die schwierige Arbeit machst. Genau, so rede ich mal aus. Dein Gesicht ist ganz blau. Ja, nehme ich lieber die Heilerin mit. Als den zweiten Schurken. Wenn ein Team nur aus vier bestehen kann. Komm mit mir. Okay, eine Firma würde nicht auf der Straße aufhören, besonders wenn es Probleme gibt. Vielleicht ist sie doch ein Barbar und kein Krieger. Kämpfer wird wahrscheinlich irgendwie so eine Mischung aus Barbar und Warré sein. Wirkt zumindest erstmal so. Ah, wunderbar. Oh, nichts drin. Beenden. Aha, nö. Wir jetzt nichts beenden. Wir beenden hier gar keinen Tag. Das Quatsch. Wird schon weiterkundschaften, wa? Jetzt haben wir... Jetzt haben wir einen Kämpfer dabei. Jo. Mein Speckpo. Was machst du da? So. Jetzt haben wir hier echt schon eine Menge angeguckt. Würdest du aus meinem Bild rausgehen? Ich muss mal da wieder hin. Hallo, Beka! Dankeschön. Du kommst auch immer nur rein, um dein Abo zu verlängern. Kannst doch einfach bei Hallo sagen. Nee, letztes Mal was zum Hallo sagen. Da ist richtig. Mein Speckpo? Was machst du denn hier? Ich muss doch Stimmen gehört. Moin! Ich bin hier. Ich bin hier. Du bist nur noch großartig, als ich. Aber ich bin ein Böden. Ich bin ein Böden. Aber wir wissen nicht, was das Ding ist. Und was ist das Kript? Ich sage euch, das ist ein Schiff. Und das Kript? Und die Kript kann warten. Ich sage euch, das ist ein Schiff. Mari und Barton werden versuchen, zu verabschieden, für Tage zu verabschieden. Jetzt, wir... Stopp! Wir haben uns schon eine Kompatition. Das ist unser Schiff. Das ist unser Schiff. Bitte, Beka. Bitte. Geht. Geht. Ich komme gerade nicht naschen. Die Katze hat mich nicht gelassen. Das ist unser Schiff. Aber schön, dass du jetzt da bist. Dann kannst du jetzt entscheiden, wie es hier weitergeht. Ich schaue doch. Schaue mal hier so. Was ist das? Nicht da. Na gut, äh, in diesem Fall. Komm schon, ihr Leute, kein Problem in getötet werden. Der zweite Wurm kriegt den Cheese und alles. Ähm, der zweite Maus kriegt den Cheese, nicht? Niemand kriegt den Cheese! Jetzt, schau es! Es wäre schneller, sie zu töten. Ja gut, das ist halt so, ne, Wilka? Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie das dann ist bezüglich irgendwelchen Dialogen. Ich hau ja hier eigentlich jeden Dialog über ein Twitch-Chat rein. Ich will da nicht rein, also gehe ich hier lieber wieder weg. Die machen mir Aua, das mag ich nicht. Oh, was ist das? Schön hier. Eine Tür. Na, lass die Tür mal Tür sein, das wollen wir auch nicht. Ah, ich hätte dem Schurken mal seinen Shit wegnehmen können. Mann, verdammt ich. Zumindest den Schurken-Shit. Weil mein Werkzeug abgebrochen ist. Ja gut, das ist richtig, aber es frisst dann halt Zeit, ne? Kann jeder einsteigen in die Dialoge? Okay. Okay. Ich glaube, ich glaube, es ist halt einfach grundsätzlich so, dass wenn du irgendein Spiel mit dem Streamer spielst, dass du unheimlich viel Zeit mitbringen musst, ne? Außer wenn wir das so machen wie jetzt, oder wenn ich sowas hab wie an Weihnachten, wo wir hier den Wichtel-Stream gehabt haben, wo eigentlich nur Kommunikation dann zwischen den Streamern ist. Ein Fußangel, ich hab Fußnagel gelesen, um Gottes Willen. Schaufel! Mit einer Holztruhe. Mit Gold. Und einer Bronze-Kelch. Das Schön ist, dass sich das Spiel ja eigentlich fast einhändig spielen lässt. In Anbetracht der Tatsache, dass meine Katze mal wieder der Meinung ist, sie muss jetzt, jetzt, sofort, also jetzt, immens wichtig, auf meinem Arm liegen. Einen Wegpunkt entdeckt. Oh, schön. Hallo, Wegpunkt. Auf Wiedersehen. Was? Äh, gestern ungefähr fünf Stunden und ähm, also es ist mein, mein private Spiel, sagen wir mal so. Und jetzt, äh, drei Stunden. Also noch nicht allzu viel. Ja? Oh, jetzt ist es. Ja, nein, hells. Öffne die Gäste! mit der ersten Akte 50% durch. Und wenn du zu rücken willst. War alles gut, Becca, aber dankeschön. Shit! Forma made! Ich habe jetzt ja schon zwei Charaktere mehr als in meinem anderen Spiel, ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Wo kommst du her? Das war nicht so smart. Klamm gelegt. Wunderbar. Du kommst auch, hast auch gekonnt mein Wegrennen gegen das Cthulhu Vieh verpasst, also... Weil... Erstmal smart, so... Hat die eigentlich Rüstungsklasse 11 plus Geschicklichkeitsmodifier zählt? Eigentlich müsste ich mal meine Rüstung ausziehen und mir die Rüstung geben, die ist glaube ich besser. Weil mein Geschicklichkeitsmodifier ist halt übel hoch. Ach... Ziel zu nah? Warum ist das Ziel zu nah? Das nicht, wenn das näher ist? Okay, Buddy, alles klar! Mother Fluffer! Ich werde angerufen. Warum werde ich angerufen? Ich muss sie gleich zerrufen. Ich muss sie gleich zerrufen. Alles klar. Ne, du bist es nicht. Ich... Das habe ich gesehen. Ich muss da gleich noch zerrufen. Ich schlagt sie! Ohhhh... 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 Irgendwie funktioniert das nicht mit diesem Vorteil. Zug, mein Zug! Jetzt kann ich nicht mehr springen. Ich wundere, ob die Gäste mich anschauen. Ohhhh... Brauch! Jawoll! Jawoll, das ist blöd. Ohhhh... Leutens. 3... Oh, das ist... Stufe 3. Nehmen wir ihn. Oh! Boah! Wie schlecht wollen sie werfen? Das war ein D12. Au! Ja, das war's mit ihren Blitz. Ja, das war's mit ihren Blitz. Du spielst mir nicht so schlecht. Ich spiel mir nicht so schlecht. Wartei! Einige Position! Ah! Oh! Oh! Das war's mit den Blitz. Oh! 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 Lecker, es geht immer schlechter. Wunderbar! Ich hatte Schokolade. Ja, steh mal auf, mein Freund. Das sehe ich aber auch so. Ich habe keinen Zauberplatz mehr. Ach, 6 von 8, das ist okay. Schau, wer ihr Schlag, Alter. Heute geht es richtig ab. Heute ist richtig, richtig gut. Da oben ist noch einer. Habe ich gar nicht gesehen. Er hat das auch nicht gesehen. Kein Movement mehr. Oh. Einmal pro kurzer Rast, das ist ja frech. Ach ja. Ich denke, du kannst mich aufnehmen. Ecklichen. Ich denke, das sei es nur beim ersten Mal. Inside, all of you, more men follow. Open the gate! Das sei es. Das ist ja alles inspiriert. Wunderbar. Was ist das? Gesammelt. Alles klar. Loot, 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 loot. Ja, genau so. Loot, 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 loot. No traps, please. ...und wie es ist. ...as swift as my feet can carry me. Untertitelung des ZDF, 2020